Ja, ne bessere, ne schönere, jeder gibt's eigentlich nicht. Ich hab noch nichts heute gesagt, aber Weihnachten steht vor der Tür, in 364 Tagen oder so. Aber wen ja? Aber wen ja? Ich hab CDs mit, also wenn ihr mich unterstützen wollt, am Leben erhalten wollt, dass ich mitmache, was ich tue, dann würde ich das ja zu schätzen wissen, CDs gibt's kostenlos, nur das Autogramm kostet 10er, wenn ich gestift habe. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, also ich würde mich wirklich sehr zu schätzen wissen, ihr habt keine Ahnung, was so eine E-Klasse an Benzin frisst, auch wenn wir hier drei überm Fluss tanken fahren. Ihr wisst schon Bescheid. Ihr wisst, worum ihr geht, den Künstler unterstützen, weil es kauft kein Schwein mehr Musik, alles streamen nun, für 10 Euro. Und ich hätte beinahe einen Scheck gekriegt über 1,76 Cent, wenn der Scheck nicht teurer gewesen wäre, als... Wir verdienen kein Geld mehr, ihr wisst Bescheid. Die Ferien war schon sehr großzügig, aber jetzt zeigt man mal, dass ihr noch großzügiger sein könnt. Wuhuuu! 8 Euro! Moment! 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 Jetzt! Moment! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017